So, hier bin ich auch schon wieder. Ich habe ein paar Waffen schon mal hier. Ich bin schon ein bisschen ausgerüstet. Wir werden uns aber jetzt noch ins Bett legen, bevor wir hier losziehen. Wir wollten ja eine kleine Rundreise machen. Kompass haben wir ja dabei. Und wir gucken vielleicht entdecken wir ja irgendwas schönes. Müssen wir einfach mal schauen, ob wir irgendwas entdecken. Ähm, jo, guck mal. Und da hauen wir einfach mal... Warte, nimm mal den Hasso mit? Hasso, Hasso, willst du mitgehen, Hasso? Nimm mal den Hasso mit, würde ich sagen. Der kann ruhig auch was machen. Komm. Junge, hopp. Ganz böse, der Hasso. Komm, wir geben ihm ein Stück Fleisch. Und dann wird er schon mitgehen, he? So, wir gehen einfach mal nach da. Komm. Und dann, genau, mein guter Gejo. Bist du feiner, Hasso. Komm, wir gehen mal da lang, Hasso. Und wir gucken mal, also wir müssten hier rein theoretisch, wenn wir wieder ankommen. Wir kommen hier raus, kommt dann beim Dorf. Und Hasso folgt uns. Wir gucken mal, was uns hier erwartet. Die Dorfbewohner sind aber auch irgendwie, he? Äh, wenig geworden. Oder wo sind denn alle hin? Hä? Ach, hier ist ja noch einer. Okay. Hasso, komm. Ähm. Ach, da oben ist ja einer. Okay. Also sind noch Dorfbewohner da. Okay. Ich dachte schon. Ich dachte schon, ähm. Die sind irgendwie abhandengekommen oder so. Wir gehen einfach mal hier lang, Hasso. Mal gucken, wir müssen ja nicht aufpassen, dass wir hier nirgendwo reinfallen. Weil es gibt hier Höhlen. Hasso, komm. Weil ansonsten habe ich nämlich meinen lieben Hasso dann verloren, kann man sagen, ne? Aber den nehmen wir einfach mal mit. Um zu gucken, mal irgendwas finden die hier, ne? Ich weiß ja nicht. Vielleicht finden wir ja mal, äh, keine Ahnung. Ich weiß es ja nicht. Eine Spalte oder irgendwas. Oder... Ich weiß es nicht. Oder anderes Biom oder so. Komm mal so. Bist du noch da, Junge? Er ist noch da. Er ist noch da. Achso, hier haben wir ein Wasser. Wasser, Wasser, Wasser. Einen riesen Berg. Einen Hasen. Hier ist auch noch eine Höhle. Ach nee, das ist Wasser. Ach, ein Zeug. Hier ist irgendwo eine Fledermaus rumgeflogen. Hast du gehört? Irgendwo hier drinnen. Wird sie sein? Oder war es der Hase? Aber guck doch mal hin, hier gibt es viele Hasen, ey. Aber die Hasen sehen alle komisch aus. Die haben so rote Augen. Wie als wenn sie wütend oder sowas wären auf irgendwas. Ach, guck doch mal diese Hasenparadies hier. Wo sind das hier alles von mir oder was? Haha, ist ja witzig. Gehen wir mal bis hinter in den Wald oder so. Aber was haben wir hier? Wieder Wasser. Wir müssen aber hier außen rumlaufen wegen diesem... Loch halt. Hier gibt es noch ein anderes Biom. Jawoll. Dunkles Biom. Erstmal ein Kartoffeln. Bist du noch da, Junge? Ja. Ich werde dann mal gucken, ob wir heute wieder zurückreisen. Wir können ja auch das nächste Mal zurückreisen. Ach, wir haben doch Hühner letztens gesucht, gell? Irgendwie, oder? Hier sind Hühner. Guck dir mal. Oh, hier ist ein riesen Loch, ey. Hasso. Fall ja nicht rein. Auf alle Fälle ist hier ein riesen Loch. Dann wäre es vielleicht sicher, wenn ich diesen Hasso mal zuhause lasse. Und hier ist gerade ein volles Bild. Falsch. Auch nicht schlecht. Wenn er halt reinfällt, dann ist er halt weg. Kann ich es dann auch nicht ändern. Ist halt dann, wie es ist, gell? Also, wo bist du denn? Wo bist du denn? Oh, achso. Machen wir nicht so eine Sorge hier. Okay, hier haben wir wieder Wasser. Okay, Wasser gibt es hier. Hm. Ist das da hinten? Okay. Also, komm. Ah. 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 Guck mal. Hier ist so ein doppelter Baum. Ist ja cool. Ein doppelter Baum. Ah. So. Wieder ein helles Biom. Jawohl. Hell und dunkel. Klasse. Alles vertreten hier. So eine kleine Wanderschaft, denk ich, ist ja auch mal nicht schlecht. Bissl was erkunden und so. Muss ja nicht immer, äh, das alte Lagerhaus bauen. Ist ja da, ja. Seh ich jetzt mal so, ne? Genau. Also, hast schon recht. Huh. Was haben wir hier drieben? Ah, okay. Hallo. Hatt ich nicht einmal Sand gebraucht? Wie war denn das? Ich bin jetzt gar nicht sicher. Wir können ja mal ein bisschen Sand mitnehmen hier. Einmal da sind. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau, ob ich Sand gebraucht hatte oder nicht. Wir nehmen einfach mal ein bisschen Sand mit. Und da kann der auch Clemming-Werden hier, der Junge. Ich freue, dass ich eh immer mit einem Baden gehen kann. Ja, also. Ich kenne dich doch, Junge. Ich kenne dich doch. So. Wir nehmen mal bloß das hier aus nochmal mit. Das sammeln's auch gleich auf. Blöd ist jetzt halt bloß, wir haben ja kein Bett mit. Also, wenn wir jetzt, äh, ja, wenn wir halt jetzt, äh, hm. Hm. Da müssen wir halt dann, hm. Jetzt müssen wir halt dann zurück wandern irgendwie. Ich möchte das Bett nicht nehmen sollen, aber da haben wir ja auch noch einen Punkt. Das wollen wir ja auch nicht haben, ne. Also komm, wir gehen weiter. Ach, unten ist noch Kohle. Schau. So. Jetzt ist gar nicht, was lang ging hier. Ha, ha. So was hochbauen hier. Kommst du mit hoch, Junge, oder was? Ich glaub, irgendwann kommen sie mit hoch, gell? Denk ich mal. Oder wir gehen langsam wieder zurück. Ich weiß jetzt auch nicht so genau. Können sie mit dem Hund abgeben. Äh, wegbringen. Auf alle Fälle war ja hier irgendwo eine Höhle gewesen. Kann man ja mal. Irgendwann gucken, aber auf alle Fälle. Ach, Gott. Ich dachte, was ist denn das jetzt hier? Ein schwarzes Schaf. Yeah. Ja, wo waren die Hühner jetzt? Ich hab ja auch, ähm, Hühner gebraucht. Gell, da war aber auch kein Ei rumgelegen oder so. Gut, manchmal bin ich richtig schnell hier, wenn ich durch die Gegend flieg. Haha, ist ja cool. Hm. Wir sind nur Hasen. Wo waren denn die Hühner jetzt? Also, wo waren die Hühner? So auch die Hühner. Oh, wir haben mal ne... Oh, Heule. Wollen wir mal wagen, oder was? Hier reinzugehen? Irgendwo muss man ja mal reingehen, wa? Oder? Ich mein, wir können ja nicht immer hier oben bleiben. Und da haben wir auch schon das Skelett. Aber es geht auch weiter, glaub ich, seh ich gerade. Oh, wow. Wo rennt's denn weg? Bleib hier. Und wo ist mein Hund abgeblieben? Okay, er ist da. Ähm, hier geht's weit runter, ja. Okay. Komm, also, mir gehen lieber wer da zurück ist. Müssen wir mal... Ich möchte das gerne allein erkunden, weil ich weiß nicht, wenn ich dich dann verliere, dann... Ah, bin ich dann traurig und du weißt ja, wie es ist, kommt ein Junge. Ich bin da immer so... Ne? Lieber. Wie ist noch mehr? Guck mal. Was ist denn mit den Hasen los? Ach so? Hast du das jetzt gesehen? Hüpfen die Hasen hier rum? Aber wie? Die rumhüpfen hier? Gibt's jedenfalls noch ne Höhle hier? Hier ist ein bisschen Wasser. Wo war denn jetzt diese... Hier? Hier? Ne, hier? Ah, hier geht... Oh, geht's noch weiter rein? Na ja, gut. Am besten ist es halt, wenn ich hier... Komm! Also komm! Wenn ich hier diesen Hund nicht mitnehmen, weil sonst... fettig da rum und so... Und ich glaub, Hühner hatte ich ja auch noch nicht gehabt, ne? Also müssen wir mal gucken, wenn ich mal hier lang lege... Sind wir da die Hühner? Eier irgendwie mal... Eier irgendwie mal... Mal gucken... Mal gucken... Mal da so ein Huhn mitkriegen oder ein Ei oder irgendwas... Ach, hier sind voll die... Guck mal, die sehen aus, als hätten sie ne Sonnenbrille auf. Haha! So viele Hasen, ey! Das ist ja der Hammer, oder? Ach, guck mal, Tulpen! Oh, die sind aber schön, ne? Nehmen wir mal mit! Hopp! Na, ich hätt eigentlich bloß diese Blume gewollt! Oh! Tulpen! Orangendulpen! Die sind ja schön, ne? Also, was sagst du dazu? Rote Tulpen! Vielleicht kann ich die mal hier hinsetzen... Mich würds auch mal interessieren, ich bin mir jetzt nicht sicher... Ach, weiße gibt's auch hier... Vermehren die sich, wenn ich die jetzt wohin setz? Das müssen wir mal... Beobachten, wa? Und jetzt wird's dunkel, glaub ich. Ein bisschen zurück. Hase, wir müssen zurück. Hase, komm! Komm, das ist schönes Dorf, komm! Ah, Hase! Müssten wir mal echt beobachten. Ja, haben wir halt ne kleine Runde wenigstens, äh... gemacht, aber ich möchte erst... Also, echt lieber diesen Hund da lassen, weil... Ich hab dann Angstsack halt kaputt und... Ach, wieso ist das... Ich bin ja ein bisschen ängstlich, ja. Also, irgendwie nicht, aber grad mit dem Springen bisschen schneller zu gegangen, wa? Ah, ist mit so Fuß, ja. Uh, 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 uh... Das seh ich gerade so. Wee, Hase, komm! Wir haben's geschafft! Wir sind zu Hause! Wir sind zu Hause! Da war's wie jetzt mal Gassi rein mit dir, hä? Kann man sagen. Ja, Gassi, Junge! Weil's doch schon immer mal raus! Nicht mal bloß mal an der guten Hürgen, wa? Komm, schnell nach Hause, Hase! Hop, hop, hop! Hier ist auch ein Loch. Waren wir da schon mal drinnen? Wahrscheinlich nicht, wa? Hop, hop, rein, rein! Was ist denn jetzt meine Hütte? Ach, da hinten ist die Hütte! Hm... Ich mich ja voll verfehlt hier, Mensch! Aber es ist cool, wie hieß ein Kompass! Kann man nicht meckern! So, ich erst mal schnell nach dem Doppel. Was ist mit diesen Doppelboden hier vorne los? Der dringt sich immer zum Kreis. Also, was ist mit dir? Komm, los, auf! Zack! Wir müssen nach Hause! Ah, da ist er ja schon! Okay, ja, dann haben wir jetzt einfach mal eine kleine Runde gemacht. Der Hund war Gassi gewesen. Das ist auch cool. Dann machen wir einfach mal beim nächsten Mal eine richtig große... Richtig große Entdeckung, würde ich sagen, hä? Da... Ähm... Setz dich wieder, genau! Fein gemacht! Prima! Jo, dann werde ich sagen, beenden wir diese kleine kurze Runde und wir sehen uns auch schon das nächste Mal! Bye! Bye! .